Das dürften Sie sich auch fragen, Helge Lindh, SPD-Politiker. Denn Sie haben auch selbst schon Drogen bekommen, weil Sie sich auch für Flüchtlinge stark gemacht haben. Erzählen Sie uns davon. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, das ist die Begleiterscheinung, sowas wie ein Kollateralschaden. Im Grunde hat das begonnen schon bei jeder Äußerung, bei jeder Rede, in der ich mich sehr dezidiert zu solchen Fragen, der Verhetzung durch Rechtspopulisten und für Geflüchtete eingesetzt habe. Also ich kann es gar nicht mehr sagen, wie viele Drohungen man bekommen hat. Die heftigsten waren beispielsweise Ankündigungen, man solle mich entweder an der nächsten Laterne aufhängen oder den Kopf abschlagen und dann sechs, sieben Seiten handgeschrieben. Oder beispielsweise nach einem Interview mit einem afro-deutschen YouTuber, der, was noch schlimmer war für die drohenden, schwul ist, habe ich in der Nacht dann schon eine Morddrohung bekommen mit dem Hinweis, dass zu meinem Mord aufgerufen wird, dass auch eine entsprechende Summe auf meinem Kopf ausgesetzt ist. Das heißt, es ist sozusagen die fast schon gewohnte Begleiterscheinung dessen, eine klare Haltung gegenüber Rechtsextremismus zu haben. Wie gehen Sie damit um? Schulter zucken, ignorieren oder erst recht? Das ist beides. Also erst recht auf jeden Fall. Ich habe mir selbst verordnet, mich nicht einschüchtern zu lassen. Und das ist so eine Art selbstverordnete Naivität. Das heißt, wenn man sich davon beeindrucken lässt und dem zu viel Macht über sein eigenes Denken gibt, dann ist das ja der größte Erfolg, weil man sich dann genau überlegen würde, was machst du? Äußerst du sich jetzt noch offen oder hältst du dich lieber zurück? Und genau das will ich nicht. Und deshalb blende ich das aus, was vielleicht sogar ein bisschen fahrlässig manchmal ist. Aber das muss Ihnen doch dann sehr Angst gemacht haben, auch die Berichterstattung über diesen Mord an Walter Lübcke. Es hat, sagen wir nochmal, vergegenwärtigt, dass es auch zu Taten kommen kann. Man hofft ja immer, dass es nur Ankündigungen, Einschüchterungen, Drohungen ist. Aber das beweist eben, dass es viel weiter ist. Dass das die Enthemmung im Einzelfall, aber es kann ja viele Einzelfälle, hoffentlich nicht, aber es kann passieren geben, dass in diesem Gesamtklima, diesem aufgeheizten Klima, dass ja durch die entsprechende Propaganda im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise noch ganz anders wurde, dass da sowas immer wieder möglich ist. Und das ist so eine Art Realitätsschock, den man aber auch wieder ausblendet. Aber jetzt sagt der Innenminister, CSU, Horst Seehofer, mehr bis für den Rechtsstaat. Wie sollte das in Ihren Augen konkret aussehen? Das ist eine dieser drakonischen Formulierungen, die man ja gerne verwendet. Aber so einfach ist es eben nicht. Ich denke, es ist erstmal ganz wichtig, dass wir uns genau angucken, was noch für Defizite infolge des NSU-Skandals existieren. Müssen wir nochmal sagen, das waren Morde innerhalb von zehn Jahren, begannen von diesem Neonazi-Trio NSU, wo vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund, die aber schon lange in Deutschland lebten oder geboren wurden, erschossen wurden, auch eine Polizistin. Und da ging einher, dass man zuerst auch dann wiederum die Familien dieser Menschen verdächtigte. Genau. Das war ja das Widerliche und auch die große Verletzung, auch entsprechend in der Community der Migranten und der sogenannten Gastarbeiter, dass man die Opfer und deren Angehörigen zunächst unterstellte, sie seien selber mitverantwortlich womöglich. Und dann klärte sich ja dann auf, was für ein Netzwerk von Rechtsextremen dahintersteht. Und das heißt, wir stecken immer noch in der Aufarbeitung dieser Stur. Das ist ja die Frage, aber es gibt auffällige Zusammenhänge. Kassel spielte damals auch schon eine Rolle mit dem ermorderten Josgurt und auch fragwürdigen Vorgängen um einen V-Mann. Und auch die Zusammenhänge mit Combat 18, einer gewalttätigen, zutiefst neonazistischen Organisation, Eudoxy Streetfighting Crew. Also diese ganzen Kontexte weisen darauf hin, dass wir das nicht unabhängig betrachten können von dieser Mordserie. Ich möchte Sie zum Schluss noch etwas fragen, was nicht zu dem Thema gehört, aber was die Welt ziemlich ins Stocken gebracht hat. Sie hat ein Bild des Tages sozusagen, nämlich von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das hat viele ziemlich verunsichert zu sehen. Wir können es jetzt hier gleich sehen. Sie zitterte bei einer Veranstaltung mit Bundespräsident Steinmeier. Das ist schon mal passiert, letzte Woche nämlich. Und es gehe ihr gut, sagt ihr Regierungssprecher hinterher. Und sie ist auch auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Japan. Machen Sie sich Sorgen um die Bundeskanzlerin? Also wenn ich auch nicht all Ihre Meinung teile, respektiere ich sehr. Auch Ihre Haltung gerade in der Flüchtlingskrise und dass sie da Stand gehalten hat. Und insofern wünsche ich ihr nur das Beste und hoffe, dass sich nicht irgendwelche Mutmaßungen, sie sei gesundheitlich ernsthaft gefährdet oder krank, nicht bestätigen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.